Die besten zehn der letzten Jahre zu einem ganz neuen Stück zusammengefasst. Und das funktioniert. Mein Fräulein, ich glaube, wir sind quitt. Ach, herrje. Um Gottes Willen. Jemanden mit so einer Moral kann ich hier nicht gebrochen. Ich hab's. Ich weiß, was wir machen können. Wir bauen diese alte Tankstelle wieder auf. 20.000 Euro will er von mir haben. Was will er denn damit? Für... für eine Klapsenübe. Heiratsannonsen. Was bringt sie denn als Mitgift mit in die Ehe? Naja, die Hälfte von allem. Mach 30 Euro. Was? Die haben doch wahrhaftig 25 Euro für drei läppige Anzeigen ausgegeben. Also meine Mutter sagt immer, man soll einem armen Mann nicht in die Eier greifen. Genau. Denn in meinem früheren Leben war ich D'Artagnan von den drei Musketieren. Wer Männer versteht, kann auch durch Null teilen. Ja. Psst! Ich habe in der Schule einen Schock ermitteln. Nein! Doch! Oh! Waren Sie in den letzten Jahren schon einmal auf der Freilichtbühne? Ja? Und warum sind Sie dann hier? Ja, wat soll dat denn? Seid ihr alle verrückt geworden? Ja, ich habe in den letzten Jahren schon einmal auf der Freilichtbühne.